Es war das Paradies, weit weg von jeder Zivilisation, weit weg von jedem Krieg. Zwei Freunde machten sich auf den Weg. Eine große Sache? Fletcher, ich möchte, dass Sie wieder mit mir segeln. Doch der Weg zum Paradies war die Hölle. Und aus den Freunden wurden Todfeinde. Ihre Namen? Fletcher Christian und William Blay. Ihr Schiff? Die Bounty. Hart, Steuerbogen! Er war ein erfahrener Seemann. Nach meiner Meinung sollten wir in die Beiburte steigen. Meiner Meinung nach sollten wir das nicht hören. Wir bleiben auf Kurs! Er war jung und kannte keine Angst und keine Gefahren. Ich löse Mr. Trier durch Mr. Christian ab. Das Paradies verführte ihn. Und seine Leidenschaft veränderte sein Leben. Für immer. Ihr Hirn scheint überhitzt und Ihr Körper überanstrengt durch sexuelle Aktivitäten. Ich hab nur das getan, was jeder normale Mann getan hätte. Es wird zu keiner weiteren Verbindung mit diesen verdammten, degenerierten Eingeborenen dieser Insel mehr kommen. Ist das klar? Die Männer mögen die Gewalt an sich gerissen haben, aber womit wollen sie mir drohen? Keine Drohung, eine Warnung, Sir. Alle Mann in die Boote! Wir müssen machen, dass ihr wegkommt! Denk an meine Familie und unsere Freundschaft! Mein Gott! Geh doch zur Hölle! Anthony Hopkins Mad Max Mel Gibson Lawrence Olivier Edward Fox War dieser Christian nicht ein Freund von euch? Er war es, Sir. D. Bounty Bounty Dierungs 2 2 3